dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Wir machen das vorher auf Deutsch und dann machen wir es auf Arabisch. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed der letzte Gesandte und Diener Allahs ist. Der letzte Gesandte und Diener Allahs ist. Ich bezeuge, dass Mohammed und Diener Allahs ist. Vielen Dank.